Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen nehme ich euch mit auf die aufregendsten Runway Shows hier in Berlin. Heute bin ich wieder mal im Kosmos, denn heute ist Fashion Hall und eine Vielzahl an Designern wird sich präsentieren. Unter anderem gibt es auch eine Drag Queen Show. Ich bin unheimlich gespannt und ich möchte diesmal auch von Experten wissen, was das Highlight und Lowlights waren. Und ich hoffe, wir bekommen ehrliche Antworten auch für euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.